hallo und herzliches willkommen zu einer weiteren folge auf der nf marsch im ls 19 mit dem ostrad ich fahre nur 18 kmh warum das ding ist kaputt da hinten leider 16 prozent ach nee das ding fährt nur 18 kmh mit dem ding kann man nur 18 man mit dem vendor kann man 19 19 ach ja ich wollte noch was ja was soll man hört jetzt gerade kein spiele sound mehr aber das ist ja nicht so will ganz gechillt nein er habe ich weiß warum man ganz viel sonne heiraten nein nein ich mach doch nichts ganz kurzerweise nur dann stand über eine schwarze wende nicht wenn du kurz noch gucken ah ja ich weiß was du machen willst du willst ich will jetzt handmaids machen ah scheiße stopp ich wollte kein videos angucken nein 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 ne ich mach keine sand mails ich guck was nach was wir gerade vor der folge diskutiert haben vor der folge diskutiert ich sag das hier gleich was ging jetzt hier alles abgemäht und der schweizer zum schwarze sucht es und ja einfach ein bisschen fleißig ich kann noch nicht das ist ein fluss ist doof dass er wenn das so weit hinten ist manchmal muss ich jetzt mal zum fluss reinfahren da hast du ja gefühlt immer langsamer oder ähm gefühlt ja irgendwie oder ne eigentlich nicht eigentlich nicht ähm äh stopp ich war komplett konzentriert leute das war der plan ja ja da war ein fluss im fahren so entspannt leute ich ein bisschen die auslandssicht zeigen leute ich bin gnädig mit euch ich bin gerade was am gucken deshalb bin ich draußen leute nein du guckst hier wird immer was nein 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 ja das ist ich weiß es klick zu machen da ja klicke die klicke Dein Ernst also? Ja, weil wir noch gesagt haben, geradezu knapp 6 Minuten mal vor der Bahn. Also bei Mähnen war das noch so. Ah, Anna war draus. Was war eigentlich unsere Hilfe? Ah, die Hilfe hat gekündigt. Ja, der hat gekündigt. Oh, ein 1050er hatten wir auf der NF-Warsch. Mal kurz zum Teasern. Was, was, was? Ein 1050er. Was? Ah, stimmt. Wusste ich gar nicht, oder? Oh, junge Staffenbachzeiten. Oh, alter das Mann, ach. Oh, juckt. Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, ja, was ist Schluss? Moment mal kurz. Wir haben über 50 Folgen hier auf dem Webpack gemacht, das ist 19, ja. Und wir haben da erst mal drei Produktionen und so. Äh, ganz genau 20. Was? Ja, ich weiß, das ist meckerig. Ganz genau 20 Folgen haben wir im LS17 von der NF gemacht. So, wie? Jo. Alles? Also, wir haben es, Leute, wir haben es schon. Fast verdreifacht, ja. Ja, wir haben es fast schon verdreifacht. Naja, kein Kunstschweger eigentlich, ne? Wenn man es so anguckt, Leute, haben wir schon mehr geschafft als im LS17. Weil wir hier die ganzen Produktionen kaufen müssen. Das stimmt. Aber wenn man so sagt, ne? Von 60 Folgen haben wir was gekauft. Wir haben drei Produktionen gekauft. Vier. Ja, wir haben Kompost. Und wir hatten ja auch die Pelletshalle, ja? Ja, wir haben die Pelletshalle. Aber wir haben einiges Geld an Maschinen rausgehauen. Ja, in deinem Fall, wenn man so betrachtet, wir haben einige Millionen schon aus dem Fenster gejagt. Und das wortwörtlich aus dem Fenster am gleichen Tag oder Tag darauf haben wir es wieder verkauft. Beziehungsweise, wenn man jetzt spricht von der Pelletshalle. Das war, glaube ich, der dünnbeste Kauf, wo wir je machen konnten. Ja, schon. Aber wir dachten, es gibt auch mehr. Ich war jetzt auch mal ehrlich so benennen. Man könnte das zu einer dicken Schwad immer wieder machen. Ja, kann man. Da müssen wir nur einmal fahren mit der Ballenbress oder zweimal. Ja, aber komm, das bringt es auch nicht. Leute, hier werden wir einiges an Ballen müssen zusammennehmen. Mhm. Man könnte auch für das Feld einfach einen Autoload-Anhänger mieten, weil es kommt fast aufs Gleiche, der mit der Schelle oder ein Autoload. Der mit der Schelle. Der gibt dir eine richtig saftige Schelle, Alter. Ja, du, oder? Zieht durch. Komm mir auf den nächsten Ballen mal was zu trinken. Es ist die Polly ist leer, Alter. Die Polly ist leer, Alter. Kann ich denn dafür? Na ja, wir sind schon bei 10 Minuten. Na ja. Bis ich unten bin. Kurz mal gucken, was da mal in so einem Neues gibt. Ich hoffe, das hat man echt noch nie so entspannt gehabt. In der Sache, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, generell noch nie so eine entspannte Folge aufgenommen. Kann ich auch gleich. Kann mit meinem Handy surfen. Mal gucken, was gibt's im Facebook, ne? Ich muss den Thron nur ausmachen. Besten. Leute, ich weiß, also wir wissen, dass das ein bisschen böden Fall ist. Aber, na ja. Ich meine schon, natürlich, man hätte das jetzt können machen, aber ich sage, Timelapse, kurz die Scheiße hier. Aber. Hm. Leute, es gibt uns niemand was zurück von der Arbeit. Jetzt, wir wissen, jetztOUlρώ. Mein Problem, äh. Du kommst nicht mehr raus. Die waren voll los. Wieso? Kann esuctisch nicht mehr raus? Ich komme nicht mehr. Dann kommst du wieder raus. als getrunken wieder ist halt nur auf mich ja klar ich glaube dass wir in dieser war dass wir die bahn nicht mehr in der folge mal schafft wir machen jetzt einfach die bahn fertig hatte wir machen es ja doch auf screen also wenn die folge ist zwei minuten länger wird oder nicht das ist die sau nicht wert ah ja die sau ist es nicht wert da weißt du was abgeht mal kurz rum leute niemand von uns hat zu 95 prozent zu 95 prozent hat niemand von uns auf die prozentanzahl geguckt weil wir beide wissen dass das nicht so geht erst wenn die ball verkauft werden zeigt dass die prozente richtig an jetzt 20 prozent das ist rein nur durch mäh das war ja also man kann ganz gechillt glaube ich jetzt ganz gechillt noch ein bisschen popmusik reinzunehmen ich gebe mir jetzt nicht was zu trinken honig gehst erst später wenn die folge vorbei ist ich glaube der radio ist ein bisschen zu laut laut ich mache ihn aus einstellungen wenn man die folge nicht richtig angeholt dann ist die einstellung für nix leute der satz mit x das war auch nix das finde ich auch geil kannst die tür so leicht aufmachen ich denke wie es jetzt aussieht leute christ an sie und ich aber wir können gerne tauschen nach mir was das schon ja pressen ist ja auch langweilig scheiße ne ich kann sich raus haben bis youtube gucken das ist okay weißt du was wäre aber das gute von mir ich könnte gleich den gps kurs übernehmen ja oder du wirst ja viel schneller ein traktor also dann tauschen wie ein traktor ne das ist ob ich ein holz anpacke hat mir einmal schon gereicht in real ich hoffe für dich dass wir jetzt nur noch holz machen alle jungen weil wir haben letztens mit meinem chef geredet und er meinte nö wir können auch ein sex-air oder sowas hinnehmen bei uns mit der firma oh come on ha 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 und das coole ist, weil wir haben einen kurzen Passwort bei mir an der firma und er hat mir halt so ja ich weiß ja nicht, du kannst dir eine ausruhen, das ist hier kein unterschied Waldkappersspilot das geht und was auch so oh weil wir so nicht nemen können ja so aber passt schon na ist klar, ja desto größer desto wichtiger ja stimmt das nicht... stimmt auch wirklich so älfern ist ja, manyst in der innenstadt rum gehäufst, kannst du energessen weiter was willst du mit dem 8 er wenn der wenn die motor 300 meter lang ist vom lenken gerade ja ja wie schon gesagt wie ich schon an der letzten folge erwähnt leute ein 8 er ist wunderschön aber warte jetzt ah ja mhm äh wird halt elf hatte aufgehört ja doch das äh äh nicht schnell was kann es nicht mehr bewegen nicht fragen es war mal falsch das angekommen aber ich bin ja liebe freunde der natur wir bleiben noch ein bisschen in der natur ich würde sagen wenn es euch gefallen hat beim osran tv vorbeischneiden und ich würde sagen bis zum nächsten mal tschüss und tschau